Hallo allerseits. Dies ist ein Trailer-Video zum Versuch Digitaltechnik 1. Der Versuch findet in Hardware statt und beinhaltet die 74er Baureihe. Die 74er Baureihe wird dem einen oder anderen von Ihnen bereits geläufig sein. Und sicherlich wissen Sie, dass diese komplett veraltet ist und heute in keiner großindustriellen Anwendung mehr zu finden ist. Was natürlich direkt die Frage auf den Plan ruft, warum die 74er? Hier ist die Antwort etwas trickreich. Hier müssen wir nicht speziell an die 74er Baureihe denken und deren digitale technische Anwendung, sondern an die SPS. Und da an die Programmiersprache Funktionsplan, abgekürzt FUB genannt. Diese erfreut sich industriell einer immensen Beliebtheit und ist von der Denkweise her 100%ig verwandt mit der 74er oder 45er oder 54er oder anderen Oldschool-Baureihen der Digitaltechnik. Es ist auch kein Zufall, denn der FUB ist genau so aus den alten digitaltechnischen Anwendungen entstanden. Es ist quasi eine Software-Nachbildung davon, was Sie hier in dem Versuch dann in Hardware machen würden, weil wir sind ja ein Schaltungslabor. Der Versuch setzt lediglich voraus, dass Sie einen sicheren Umgang mit der Logik haben. Das heißt NAND, NOR, UN-Verknüpfung und so weiter, generell logische Verknüpfungen, vielleicht auch mal Multiplexer, sind für Sie kein vollkommen neues Thema. Wenn ja, müsste man sich da noch ein bisschen einarbeiten oder natürlich auch einen anderen Versuch nehmen. Der Versuch stellt ein Sammelsurium aus verschiedenen Schaltungen dar, die alle thematisch jetzt nicht direkt miteinander verwandt sind. Ich sage mal, als lockerer Einstieg behandeln wir erstmal den Halbaddierer und logischerweise auch den Volladdierer. Weiter geht es in dem Versuch mit der konjunktiven Normalform und mit der disjunktiven Normalform, aus welchen wir auch eine NAND-Umwandlung machen. Die NAND-Umwandlung war früher omnipräsent in der Elektronik, weil die ICs waren sehr teuer und so hat eine Firma immer einen metaphorischen großen Beutel mit NAND- oder auch Norbausteinen gehabt. Das hat heute auch wieder keine Bedeutung mehr. Doch die Umwandlung in ihrem eigentlichen Wesen schult sehr gut ihre digitaltechnische Denkweise. Daher macht man es noch, ich sage mal, oldschool-mäßig in der Lehre. Darüber hinaus betrachten wir auch den binären Zähler, den ganz normalen BCD-Zähler bei dem Versuch, bauen diesen auf und schauen uns halt seine Lichter an, seine Ausgangssignale. Und dann schlagen wir die Brücke zum später kommenden Digitaltechnik 2 Versuch, indem wir eine Multiplexer-Schaltung behandeln. Auch hier ist natürlich vorausgesetzt, dass Sie bereits wissen, was ein Multiplexer ist. Nun kommt noch das Besondere bei dem Versuch, und zwar dieser hat keine Ausarbeitung. Sie müssen das Ergebnis protokollieren im Laufe des Versuchs, doch sobald Sie nach zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden hier im Labor fertig sind, steht das Ihnen frei, den Versuch direkt abzugeben. Natürlich haben Sie auch bei dem Versuch immer eine ganz normale Frist für die Abgabe, aber Sie müssen zu Hause nichts mehr weitermachen, Sie müssen keine Diagramme zeichnen oder dergleichen. Und insgesamt würde ich den Versuch mit einer Komplexität von 355 bewerten. Vielen Dank! Vielen Dank!